Moin Freunde was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video gibt es wieder ein Portal wie ihr seht und wir sind auch kurz vor dem, kurz davor die nächste Portal dann zu kriegen, die ist da wie ihr seht und ja es ist wie gesagt ein ATX, dort oben, ich zeige ihr glaube ich richtig und sonst dort oben, habt ihr den Ding, äh wie sagt man dem schon wieder, den FPS, die FPS sind ja hier genau und wird gerade jemand geschieben, ach nein scheiße, das war in letzter Sekunde, drückt das, yes, wir müssen treffen ach so schau dich mal an wie geil die aussieht sieh dich mal an wie geil die aussieht ich kann es nicht, ich kann es nicht auf Deutsch setzen, ich habe es versucht das hat nicht funktioniert es tut mir leid es hat funktioniert, what the fuck ich kann auch nur wieder mal den Fahrstuhl ehren ja wartet oh, ich habe doch Minecraft auf dem Phone streamen ja, ich habe ja von Minecraft gestreamt ja, ich habe ja von Minecraft gestreamt ich bin wahrscheinlich nicht für mich, aber trotzdem hm, Bild oh, jetzt sind wir hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was passiert, wenn ich den Button da reinsetze? Und das so. Dann habe ich ja keine Scheiß mehr rausgegangen. Also, natürlich kann ich den Test noch schaffen, aber gleich nicht mehr. Gut, einfach nur, einfach nur bis gute Fiegel. Einfach nur fürs Feeling, okay? Das will einfach nur das gute Feeling haben. Ich vergesse immer wieder zu reden und das ist ein bisschen scheiße. Und ja. So. Hier machen wir das so. Dann gehen wir hier rein, lassen es einmal pumpen, aber das ist schon einmal besser. Das ist schon einmal besser. Jetzt müssen wir jetzt zurückkommen. Oh, ja, das geht natürlich auch. Ich weiß, es gibt Ihnen einen Speedrun-Trick, aber... Ja, ganz ehrlich. So, also. Ich bin immer noch empfehlen zu reden, das helfen sich von jetzt Thema ausdenken. Oder ich sage jetzt einfach alles, was ich denke. So. Okay. Kuchen, okay. Zerstören, weiter. Also. So, jetzt kommen wir zu der Testkammer. Ich liebe Klaa, das aber auch. Ich liebe Klaa, das aber auch. So. So. Jetzt gibt es hier nochmal ein. Gut. Genau so. Und hier machen wir jetzt nochmal dasselbe. So haben wir schon einmal eine Testkammer gelöst. Also die Space gleichzeitig auch noch im Fülle auf Altru. Ich glaube sogar, dass wir heute Portal durchspielen wollen. Oh, jetzt sind wir hier. Okay, ich weiß, wo wir sind. Wir sind in einer Scheiß-Testkammer. Sorry für mein Ausdruck, aber es ist ja wirklich eine Scheiß-Testkammer. Zack. Zack. Der hat es aber verkackt. Genau so jetzt. Zack. 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 Und zack. nerd tätig geht durch, geht geht durch, geht durch, geht durch, yes. Ja, sich weiss. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist es einfach das Ding hier oben gelingt. So. Wie lang nächste Pirate hat... dann. n Genau, das ist jetzt dieses Turret Chamber, und das ist eigentlich alles was du tun musst. Das. Okay, hör auf zu schießen. 23 Kameras haben wir schon zerstört. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Okay. Hello. Shutting down. Uh, also wie wir jetzt sind. Wir sind genau da wo der Trailer ist. Und hier sind die geheimen Hände. The cake is alive. Hello, can I help you? A trusted friend inside. Yes. Also wie gesagt, jetzt ist der Plan. Hier durch. Und ich habe die Turrets abzunehmen. So, das isst mich mit mir. Isst mich auch jetzt nicht. Und ich schiisse da rauf. Fliegt zwar der Mensch. Aber er juckt. Ja, schlaffelt. Boots. Das ist schön, dass du ein kritischer Eingang hast. Ja. 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 Ich habe das auch schon. So, dann machen wir direkt hinter drauf und. But. Und das innerte, achievement in the game. die sagen kann die Der ist da hinten gelandet. Den kann ich nehmen. Und das setzen wir um. Diese Kamera ist ganz fies. Ich denke auch, Clarus, ich denke auch, dass es wichtig ist fürs Testen. Also. Wir haben leider die Höhezungen gebracht. Gibt es hier noch Regen oder etwas? Nein. Gut. So. Einfach fürs Achievement. Okay. So. Okay. So. und den Stuttgart den Sieg zu sagen Oh, wisst ihr es doch. Also, und wo geht es jetzt weiter? Ah, da. Hä? Ah. Das musste sein, guys. Aber ja, Klaus hat jetzt nur gesagt, ja, die Android Hell existieren zu, aber das ist ein Deep Report über. Wenn sie euch interessiert, schaltet sie an. Wenn sie euch nicht interessiert, dann müsst ihr sie nicht anschauen. Und was diese Testkamera? Aber ja, wie gesagt, was diese, das sind nicht richtig aus. Aber ja, was diese, was diese Testkamera für uns zu bieten hat, finden wir im nächsten Mal heraus. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bertha Kametendu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.